Bis spät in die Nacht Aufgaben erledigen für den Managing Director, während die auf den wildesten Partys chillen. Das ist beispielsweise der Goldman-CEO David Solomon, der auf einer NFL-Party auflegt. So stellen sich einige des Investmentbanking vor. Ich habe zuletzt mein dreimonatiges Praktikum in einer Münchner Investmentbank abgeschlossen und werde euch in diesem Video Einblicke geben in diese verschlossene Welt. In diesem Video werden wir die Themen behandeln, warum ich die kleineren Investmentbanken den größeren vorziehe, was man als Analyst für Aufgaben bekommt und was man dabei lernt und ob die Arbeitszeiten wirklich der Horror sind. Dazu kommen noch zwei weitere Videos in den nächsten Wochen. Ihr erhaltet dazu noch eine Case Study plus weiteres Übungsmaterial für die Vorstellungsgespräche. Also abonniert diesen Kanal. Ich verspreche euch, es wird sich für euch lohnen. Legen wir auch direkt mit dem Inhalt los, aber davor braucht ihr noch ein paar Background-Infos. Ich war bei Drake Star Partners für drei Monate in München. Das ist eine Investmentbank, die sich auf den Technologiesektor spezialisiert hat und die Spezialisierung finde ich eben extrem spannend, weil die Unternehmen mit die höchsten Wachstumsaussichten haben und die meisten Innovationen schaffen. Das wird auch besonders deutlich, wenn man sich mal die wertvollsten Startups in Deutschland anguckt, die über eine Milliarde wert sind. Davon hat so gut wie alles einen Tech-Hintergrund. Und ich präferiere die kleinen Investmentbanken gegenüber den größeren aus zwei Gründen primär. Grund Nummer eins, dass ihr von Tag eins viel mehr Verantwortung habt. Meine französische Kollegin durfte wirklich von Beginn an mit in die Meetings rein, mit dem Top-Management, konnte dadurch sehr viel lernen von erfolgreichen Gründern. Und der Grund Nummer zwei ist, dass eben, wenn ihr euch auf KMUs spezialisiert, dass der strategische Impact viel größer ist. Sehr spannend fand ich zum Beispiel zuletzt die Transaktion, als Kaju Flink in Deutschland aufgekauft hat. Beide sind im Quick-Commerce tätig. Kaju eben in Frankreich, Flink in Deutschland. Und dadurch, durch diese Transaktion, konnte eben Kaju in einen neuen Markt eindringen, hatte direkten Konkurrent weniger und konnte die Plattform hochskalieren, weil eben jetzt beide Unternehmen darauf zugreifen. Und da ist eben der strategische Impact viel größer, als wenn ihr zum Beispiel eine BMW mit VW merchen würdet. Die Large Caps werden eigentlich immer von den größeren Investmentbanken auch betreut. Und da habe ich auch mal eine Begegnung gehabt mit einem Investmentbanker von der Deutschen Bank in Paris. Und er hat mir eben erzählt, dass er häufiger am Standort versetzt wurde, bei allen Sektoren dabei war, zum Beispiel Consumer Products, Healthcare, die mich jetzt nicht so interessieren. Dazu noch spät in die Nacht arbeiten musste, bis teilweise in den nächsten Morgen rein. Und das sind eben Punkte, die zu mir individuell jetzt nicht passen. Aber was für mich Nachteile sind, können natürlich für euch auch Vorteile sein. Dazu locken die größeren Investmentbanken natürlich mit höheren Gehältern und besseren Exit-Möglichkeiten. Er hat deswegen auch seine Daseinsberechtigung. Aber da muss jeder einfach selber für sich entscheiden, was für ihn dann passend ist. Kommen wir zu den Aufgaben, die ihr als Analyst bekommt. Und was man dabei lernt, die Aufgaben lassen sich eigentlich in drei Wörtern zusammenfassen, nämlich Excel und PowerPoint. Dieses Meme hier ist auch einfach nur wahr, weil würde Bill Gates, sage ich mal, alle Office-Anwendungen abschalten, dann würde die Finanzwelt kollabieren. Aber Spaß beiseite, was werdet ihr jetzt wirklich genau machen? PowerPoint werdet ihr nutzen, um verschiedene Branchenberichte oder Marktanalysen zu erstellen. Da guckt ihr euch dann verschiedene Performances an, was passiert aktuell am Markt, wer kauft wen auf, aus welchen Motiven. Dann nutzt ihr ebenfalls auch noch PowerPoint für das Erstellen von Information-Memoranten. Das kann man vergleichen mit den Investor-Presentations von DAX-Konzernen, wo man eben KPIs erklärt, wer sitzt im Management, was die zukünftige Strategie und das Zahlenwert darstellt. Excel wurde dann viel für die Finanzplanung und für die Bewertung genutzt. Häufig hat man dafür dann Multiples genommen. Im Tech-Sektor war das dann das Enterprise-Value-Ebitda-Verhältnis oder Enterprise-Value-Revenue-Verhältnis, wenn das Unternehmen noch nicht profitabel war. Ziel ist dabei, natürlich schon mal eine grobe Range zu haben, wo das Unternehmen preislich liegen könnte. Und dann im weiteren Bieterverfahren will man eigentlich erreichen, dass sich die Unternehmen preislich ein bisschen überbieten natürlich. Und dann, dass man das Unternehmen zum höchsten Preis an den Investor verkaufen kann, der das auch erfolgreich in der Zukunft führen kann. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, ich quäle mich doch nicht durch drei Bewerbungsrunden, um dann nur Excel und PowerPoint zu benutzen. Die Frage wurde Finanzfluss auch mal gestellt. Hier der Ausschnitt. Wer tut sich sowas freiwillig an? Es ist wirklich, es klingt gar nicht so schlimm, wie es ist. Also wenn man jetzt nur an Excel-Slides denkt, aber im Endeffekt das Interessante ist ja das, was auf den Slides passiert. Die Informationen, wo man die herkriegt, diese Zusammenhänge zu verstehen, der Austausch mit wirklich Leuten, die schon seit Jahrzehnten in diesem Beruf sind. Und da muss ich ihm extrem recht geben. Dadurch, dass ihr euch so intensiv mit den Unternehmen beschäftigt, lernt ihr viel über Strategie und Unternehmertum, schult enorm eure analytischen Fähigkeiten und werdet so ideal vorbereitet für eure weitere Karriere. Kommen wir zu den Arbeitszeiten. Die können natürlich enorm schwanken. Zwischen 60 und 110 Stunden, je nach Umfang der Deals und Größe der Investmentbank. Bei mir war durchschnittlich von Montag bis Sonnastag um 10 Schluss, freitags um 8. So bin ich auf meine 60 Stunden die Woche gekommen. Und das war für mich okay, weil wir uns einerseits immer Essen ins Office bestellen konnten, hatten da auch ein kleines gutes Budget und dadurch konnte ich mich dann durch die ganze Maxvorstadt mal futtern. Dazu habe ich dann eben die Zeit gespart, zu Hause zu kochen. Das war eigentlich der große Benefit. Und zweitens, selbst wenn ich immer um 10 noch zu Hause war, hatte ich drei Stunden, um ins Gym zu gehen, noch mit Freunden sich zu treffen in der Bar. Von daher war das auch okay. Am Wochenende arbeiten ist sehr selten vorgekommen. Bis 2 Uhr nachts ging es unter der Woche auch nur 2-3 Mal während den 3 Monaten. Ich habe da schon gemerkt, dass ich am nächsten Tag sehr unkonzentriert war. Aber da es selten war, hat es gepasst. Deswegen, für mich ist auch die absolute Höchstgrenze zu arbeiten, 65 Stunden so die Woche, ist aber auch eine Einstellungssache. Das war es mit dem ersten Video. Kommen wir zum Fazit. Mir ist wichtig, dass ihr drei Sachen mit nach Hause nehmt. Nämlich erstens, in kleineren Investmentbanken habt ihr viel früher Verantwortung und einen höheren strategischen Impact. Zweitens, ihr benutzt viel Excel und PowerPoint als Analyst, aber lernt trotzdem viel über Strategie und Unternehmertum. Und drittens, man arbeitet natürlich auch in kleineren Investmentbanken viel, hat aber immer noch im Privatleben mit ein bisschen Disziplin. Das war es. Danke fürs Zuschauen. Die nächsten Videos sind auch schon in der Pipeline. Auf jeden Fall den Kanal abonnieren, damit ihr auch die Case Study und die Interviewfragen zur Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs habt. Und sonst wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ciao.